ENERGY. Hit-Music-Only. Eben, wie du sagst, Jonathan verheiratet mit Paulina. Wer wollte das nicht schon mal sein, die ja die Mavis spricht in dem Film? Ja, hat Spaß gemacht. Eine gute Zeit gehabt im Studio. Wie ist denn überhaupt die Stimme von Johnny? Also musstest du dich so ein bisschen verstellen oder sprichst du ganz genau so, wie du jetzt auch redest? Ja, tatsächlich habe ich ihm diesmal meine eigene Stimme gegeben. Beim letzten Film habe ich das ein bisschen verändert. Ich versuche natürlich auch immer so zu gucken, was ist er für ein Charakter. Und er ist halt so ein Familienvater, der zwischen diesen zwei Welten steht. Zwischen Vampir und der menschlichen Welt. Dann dachte ich mir, das passt ganz gut. Erzähl doch noch mal ganz kurz irgendwie abangerissen, worum es genau geht. Also ich glaube, du bist der Mensch und bist mit einer Vampirin verheiratet. Genau, ich bin mit einer Vampirin verheiratet. Und es ist so, dass jetzt sind alle Figuren wieder dabei, die im ersten Teil schon waren. Das ist jetzt der zweite Teil. Und Mavis und Jonathan haben einen Sohn, der Dennis heißt und der ist jetzt fünf. Und da ist jetzt die Frage, kriegt der Vampirzähne oder nicht? Also steht vor diesem Scheideweg, ist er ein Mensch oder ein Vampir? Und wer da besonderes Interesse daran hat, ist Dracula. Das ist der Vater von Mavis, von der Vampirseite und der will das natürlich ganz genau wissen. Und packt seine ganzen Monsterfreunde ein und fährt mit dem kleinen Dennis dann in so ein Vampircamp und will den Vampir aus ihm rauskitzeln. So, das ist die Geschichte. Das arme kleine Kind. Ja, das arme kleine Kind. Ich habe nur im Trailer gesehen, wie er vom Riesenturm geschmissen wird und kurz vorm Aufschlagen ist. Aber er wird noch gerettet. Ja, er wird tatsächlich am Schluss noch gerettet. Ja, müsst ihr euch unbedingt angucken. Es ist echt ein sehr lustiger Film. Es ist echt für Jung und Alt. Macht total Spaß. Es sind total viele gute Witze drin, die man als Erwachsener gut findet. Und ja, jeder der Monster liebt und Vampire muss da rein auf jeden Fall. Sieht auch auf jeden Fall sehr, sehr süß aus, was man schon sehen konnte. Jetzt hast du gerade schon gesagt, Paulina spricht deine Frau. Mit ihr bist du verheiratet. Wie ist das? Habt ihr zusammen auch eingesprochen? Also standet ihr da dicht an dicht in der Sprecherkabine? Oder wie sah das aus? Ja, tatsächlich nicht. Das wäre auch Quatsch, wenn man da nebeneinander steht. Da muss der andere immer ertragen, wenn man einen Take verhaut und so. Also tatsächlich läuft das immer einzeln ab. Also dass man dann einfach, ja, jeder macht seine Takes alleine so. Aber ja, ich freue mich. Wir sehen uns ja auf der Premiere wieder. Da sind alle dann da. Auch Dieter Haller von Rick Covanion und so weiter. Ich freue mich. Das ist schon großartig, ne? Das macht dann Bock. Also du hast jetzt genau zum zweiten Mal als Sprecher unterwegs. Würdest du es jetzt auch öfter machen? Oder eher so singen? Also was ist da so der Schritt irgendwie vom Sänger zum Synchronsprecher? Also wie unterscheidet sich das überhaupt? Ja, singen und sprechen, das liegt ja schon nah beieinander. Das hat beides mit der Stimme zu tun, ne? Und ich weiß nicht, ich fand das immer toll. Ich liebe Kino, Filme selbst und gehe gerne ins Kino, gucke gerne Filme an. Und fand das halt immer spannend, ne? Gerade die Animationsfilme werden immer besser und so. Und das ist eine gute Möglichkeit. Ja, für mich auch so ein bisschen, bin ja auch, ich liebe Schauspielen. Aber ich kann halt nicht Schauspielen, bin ein Sänger, bin Musiker. Und das ist so eine gute Zwischenlösung, ne? Weil mit der Stimme muss man auch spielen, so. Und das finde ich halt spannend. Das ist, glaube ich, auch schwer so, ne? Also so, dass man genauso, ich meine, gut, das ist jetzt animiert, aber trotzdem, dass man genauso die Bewegung vom Mund trifft. Also konntest du das sofort? Ja, das ist gar nicht so einfach, ne? Man steht dann da, dann hat man da diesen kleinen Würfel, der dann von links nach rechts geht. Und da muss man genau in dieser Zeit den Satz sagen, den die Figur dann sagt. Und ich hätte nie gedacht, es macht einen totalen Spaß natürlich, aber es ist auch irre, wie man da aus sich raus muss nochmal, ne? Man denkt schon, man macht riesen Gesten da im Studio, ne? Ich hab dann natürlich immer versucht, auch das, was Jonathan da macht, dann mitzumachen, körperlich, ne? Das beeinflusst ja dann auch das Sprechen. Und man denkt dann schon, man hat jetzt alles gegeben. Und dann guckt man sich das Bild aber an und sieht die Sprache und denkt, ey, das ist noch lange nicht so intensiv. Man kann noch viel mehr geben, ne? Also das ist schon spannend, war auch für mich nochmal eine Herausforderung. Müsst du richtig Vollgas geben eigentlich beim Synchronsprechen. Genau. Kommt man dabei ins Schwitzen? Ja, auch, ja. Es gab schon Passagen, da ist er am Machen, da gibt's so eine Szene, wo er BMX-Tricks versucht und wo er so laute von sich gibt. Und da war ich dann schon auch echt gut in Bewegung. Ja, cool, also nicht schlecht. Und wann kommt er in die Kinos? Wann sehen wir ihn? Jetzt glaube ich Mitte Oktober schon, ne? Ja, am 11.10. ist ja die Premiere im Zoo-Palast hier in Berlin. Und ich weiß gar nicht, offiziell, die wirkliche Premiere ist dann, glaube ich, drei Tage später, ne? Am 15. glaube ich, da ist das. Ja, ich glaube auch, 15. Oktober kommt er. Kommt er raus. Sehr cool. Ist irgendwie in einer Synchronsprecherkabine noch abschließend immer mal was total schief gelaufen muss. So ein Take 15 Mal machen und bist schreiend rausgelaufen. Da gab's irgendwie so eine Situation. Ja, es gab schon die eine oder andere Szene, wo ich dann dachte, oh Mann, das kriege ich nicht hin. Einen Hänger gehabt habe oder so. Einen Text vergessen und so. Und da gucken musste und dann kriegst du so einen einfachen Satz nicht in den Schädel rein. Das kommt natürlich auch mal vor. Ja, aber ich meine, das gehört dazu. Dafür gibt's andere Takes, die gehen dann auf einmal rein und so. Und ich merk schon Profi. Ja, naja. Ist ja schon mein zweiter Film bis dahin. Ah, sehr gut. Guck mal, so cool wird er dann jetzt. Ein alter Hase im Geschäft. Na absolut. Also wir freuen uns ganz doll auf den Film Transalvaniens 2 mit Andreas Borani in der Rolle des Jonny. Vielen Dank, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hits music only. Hits music only. Hey. Hey. Ich weiß nicht. Cool, That was so cool. Vielen Dank.